Der hat Freiheit. Ich sag, der hat Freiheit, euer Hasi. Der hat einen richtigen Sack, da haben wir ihn am Rallye, von Leuten zu fressen. Der hat einen schönen Kerl. Von dir wird er sich gar nicht umgreifen lassen, oder? Nein, das will ich auch gar nicht, du bist ein Speister. Bei mir wohl meistens. Aber ab und zu geht er auch weg. Aha. Ja, wie macht's. Ja, ja, ja. Gut. 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 Gut.